Vitya-Shavasana ist die Wellenentspannungslage. Vitya heißt Welle, Shavasana ist die Totenstellung Entspannungslage. Man findet den Ausdruck Vitya-Shavasana in einigen Asana-Aufzählungen. Leider habe ich nirgendwo genauer nachschauen können, was da wirklich mit gemeint ist. Eine Möglichkeit ist, dass du wellenförmig die Körperteile von unten nach oben anspannst. Samuel zeigt, wie es geht. Spanne erst die Füße an, dann spanne die Waden an, dann die Oberschenkel, dann spanne das Gesäß an, spanne unteren Rücken an, spanne den Bauch an, hebe den Brustkorb hoch, spanne die Hände an und dann die Unterarme, Oberarme, ziehe die Schultern nach oben, spanne die unteren Gesichtsmuskeln an, die oberen und dann lasse alles los. Und nach dieser wellenförmigen Anspannung kannst du jetzt gut entspannen. Amen. 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 Amen.